Das sind merkwürdige Sitten. Ich habe das heute hier nochmal nachgelesen. Wenn ein Kleriker musste bei der Mittag... ne, wo war das? Bei der Vesper dann. Da singt der Papst die erste und die letzte Antiphon, muss er anstimmen, der Kleriker singt ihm immer vor. Und wenn der Kleriker die ihm vorgesungen hat, legt der Papst ihm eine Goldmünze in den Mund. Das führen wir jetzt ein, Matthias. Also das sind natürlich uralte römische Sitten, die überhaupt nichts mit der Kirche zu tun haben. Naja, heute machen wir das etwas subtiler mit den Goldmünzen. Aber Sie wissen, Vatikan und Finanzen ist auch bis heute immer noch ein spannendes Thema. Gut, zweite Weihnachtsmesse in dieser griechischen Kirche und die dritte Weihnachtsmesse, wo dann sozusagen der Psalm nochmal wirklich ganz ausbricht, wo er direkt auch zitiert wird. Also dieses Gewebe, das wir hier haben, mit all diesen Motiven, die uns der Psalm liefert und die Liturgie in der Entfaltung dieser, das sind ja im Grunde genommen nur höchstens 36 Stunden oder 24 Stunden, in denen das alles in diese vier Messformulare stattfinden. Das ist wie ein ganz kunstvolles Weihnachtsgewebe, wo der Psalm 98 als Stichwortgeber und als Hintergrund steht. Glauben Sie nicht, dass Sie das in irgendeinem Kommentar finden. Kein Hinweis, nicht einer auf die Weihnachtsliturgie, nichts. Bei den neuesten Kommentaren bin ich mir sicher, dass Sie das gar nicht wissen. Sehr gelehrt, aber Tunnelblick. Oder Sie lassen es bewusst weg, das kann auch sein. Sie finden das nur bei, zum Beispiel bei den alten Versuchen, einen ganzen großen Wurf, aber das ist eben die vorkonziliare Liturgie zu erklären, bei einer so gelehrten Nonne wie Emiliana Löhr aus Herstelle, die das gemacht hat für das ganze Kirchenjahr, das Herrenjahr, wie sie das nennt, oder bei einem so gelehrten Mann und Ostkirchenkenner wie Julius Tüziak. Das ist das Einzige, was ich deutschsprachig kenne. Ich weiß nicht, bei Pius Parisch wird man vielleicht nochmal was finden, oder in einzelnen Vorträgen von Odo Kasel. Ende. Und interessanterweise eigentlich alles Leute, die mit der liturgischen Bewegung und liturgischen Erneuerung verbunden waren. Und trotzdem, wenn wir jetzt hingucken, in unseren normalen Kirchen ist dieses Gewebe weg. Das ist nicht nur, kann man nicht so sagen, es ist durchgeschnitten, oder wir haben noch einen Teil davon, sondern es ist verschwunden. Wie nach dem Motto, wo ist der Christbaumständer? Ja, ich habe ihn nicht zu tun, ich habe ihn nicht gehabt. Und da geht die Sucherei los, im ganzen Haus gibt es keinen Christbaumständer mehr. So ist das. Und wir verlieren damit natürlich auch wiederum etwas, was dem Zweiten Vatikanum ein so wichtiges Anliegen war, dass wir nicht nur die Heilige Schrift besser kennen und sie uns aufschließen, sondern auch die Beziehung, gerade auch zum Alten Testament. Wenn wir sehen, dass dieser Psalm ein so wichtiger Hintergrund ist, ein so wichtiger Stichwortgeber, der uns eigentlich das Weihnachtsfest noch einmal erklärt. Denn eines der wichtigen Stichworte für Weihnachten ist das, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt auf die Schnelle das finde hier bei Tüziak. Der schreibt das an einer Stelle sehr schön. Gucken, ob ich das jetzt schnell finde. Eines der wichtigen Stichwörter ist Konsegratio mundi. Also durch die Geburt dieses Gotteskindes findet eine neue Heiligung der Welt statt, eine Weihe der Welt. Also die Welt, die abgefallen war, wie wir das eben gesagt haben, die ihre eigenen Rechnungen aufmacht, ihre eigenen Wege geht, die immer von Gott wegführen. Und Gott, wie das beim Propheten Hosea heißt, zumindest dieses Volk Israel beispielhaft mit Stricken der Liebe an sich zieht und versucht an sich zu binden. Und trotzdem gibt es immer diese Los von, es gibt ja nicht nur Los von Rom-Bewegungen, sondern vor allen Dingen Los von Gott-Bewegungen. Die sind besonders schlimm. Und dann geschieht eine neue Schöpfung, die sich natürlich an Ostern dann endgültig vollendet, in dem, dass der letzte Feind, wie Paulus das im ersten Korintherbrief sagt, besiegt ist der Tod. Aber die Weihe der Welt geschieht dort in diesem verborgenen Winkel in Bethlehem, in dem Gott sich selber unter den Bedingungen dieser Welt in diese Welt hineingibt, damit alle Enden der Erde, alle Menschen, nicht nur Israel, alle Menschen und die gesamte Schöpfung wieder hinfinden kann zu Gott. Sodass dieses Kind selber in Person die Weihe der Welt ist. Ich will das jetzt doch noch finden. Verzeihung, dass ich das nicht besser eingemerkt habe. Also das ist, was ich hier in der Hand habe, ist ein altes Buch, der hat sich sonst sehr zu, auch zur Ostkirchlichen, war sehr immer bemüht um die Brücke von Julius Tizia, der Jahresgranz der Güte Gottes, wo er das ganze Kirchenjahr durchgeht, und zwar angesichts der Liturgie, die die Kirche festgelegt hat. Im Grunde genommen ist es, wenn auch nicht unter diesem Stichwort, aber er führt das aus, was gemeint ist. Also das schreibt er zur dritten Weihnachtsmesse. Wenn jetzt wieder in heiliger Feier das göttliche Wort als Mensch geworden ist, unter uns weilt, dann sehen wir, wie die, so heißt es im Johannesprolog, wie die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, dann erneuern sich Himmel und Erde und die gesamte Fülle des Gottesreiches bis zur Vollendung in Herrlichkeit ist gegenwärtig. Im heiligen Opfermahl schauen wir nun Gottes Heil, dass alle Enden der Erde, alle Räume und Zeiten weit. So ist der Herr denn wirklich der Urheber göttlicher Geburt und Speise der Unsterblichkeit, wie es im Kommuniongesang ausgedrückt ist. Die tiefsten Gedanken der Weihnacht erfüllen sich. Eine neue Menschheit, eine neue Welt erhebt sich aus der großen Herrengeburt. Himmel und Erde vereinen sich und feiern geistlich ein Fest. Tiefsinnig spricht diesen Gedanken der Alleluja-Vers aus mit seiner archaischen, altgeheiligten und feierlichen Melodie. Der Tag der Geweihte ist uns aufgegangen. Kommt, ihr Völker, betet an den Herrn. Heute stieg ein großes Licht zur Erde nieder. Und eben dieser Alleluja-Vers ist eine Reminiscenz einen ostkirchlichen Hymnus. Osterhymnus. Und das ist auch etwas Spannendes, wenn wir die Oration der Osternacht sehen, das Tagesgebet, sagen wir im Deutschen, also das Hauptgebet, in der Oration gibt es eine ganze Reihe von nach den Lesungen immer, das Hauptgebet und mit dem Tagesgebet der Christmette vergleichen, ist wörtlich fast identisch. Es gibt kaum einen Unterschied. Genau der gleiche Inhalt. Fast die gleiche Wortwahl. Und das ist etwas, was dieser Psalm eben auch noch hat. Odo Kasel, dieser große Mysterium-Theologe und Bendikiner, hat einmal gesagt, das Mysterium ist immer ganz. Was meint, wir können nicht immer so abtrennen und sagen, ach ja, ich habe Weihnachten lieber und so, oder Ostern. Das ist eine Frucht auch, die wir heute sehen und die uns ja auch Probleme macht. Es gab vor ein paar Jahren ein Buch von einem Theologen, Morgenstern, der ein Buch geschrieben hat, das Weihnachtschristentum. Also das Christentum höchstens auf Weihnachten stattfindet, aber wir sehen das ja auch jetzt. Im Moment erleben wir gerade in den letzten Jahren, dass auch das Weihnachtschristentum kollabiert. Dieses Jahr konnte man viele Artikel lesen, zu sagen, also man befragt Christen und sagen, für die war früher klar, sie gehen Weihnachten in die Kirche. Wir kennen das als Vorurteil, die kommen nur Weihnachten. Die klassischen Traufhaub-Predigten von Pastören, die die Leute beschimpfen, wenn sie denn Weihnachten mal in der Kirche sind. Aber dieses Publikum gibt es heute auch nicht mehr. Zunehmend nicht mehr. Und von Ostern reden wir dann jetzt mal gar nicht. Das ist in der Ostkirche zum Beispiel gerade umgekehrt. Da ist die Osternacht, das Event, wenn man da nicht war, dann war man nirgendwo. Aber das Mysterium ist immer ganz. Was diese alten Orationen und die gegenseitigen Beeinflussungen, wenn wir mal unter die Oberfläche kommen, deutlich machen. Aber deshalb ist mir das auch ein Anliegen, das ein wenig darzustellen, weil wir, es wird uns vielleicht erst bewusst, was wir alles verloren haben oder was wir noch im Verlieren, im Begriff sind zu verlieren. Wenn wir diese Kontexte, alle vergessen. Früher war, wenn man an der Liturgie, also ich gebe mir nicht darum, einfach zu sagen, früher war alles besser, aber das war ein Kontext, in dem man einstieg, zu dem man natürlich auch Voraussetzungen brauchte. Aber diese Voraussetzungen bringen wir oft nicht mehr mit, weder von zu Hause, weder durch den Religionsunterricht, noch durch die kirchliche Verkündigung. Und das ist der Punkt, weshalb unsere Liturgie immer mehr zum, meine alte These, ich wiederhole mich, zum Infotainment verkommt. Weil wir, das haben wir nicht mehr, aber was machen wir denn dann? Es ist ja Sonntagsmess, ja, dann müssen wir halt irgendwas aus der Zeitung vorlesen oder wir müssen, wir sind dankbar, dass jetzt bald wieder Miserio-Kollekte ist, ja, Advenia, die ist noch nicht gezählt, da kommen ja schon die Miserio-Plakate, ja, so, sind wir froh, dass da ganz dicke Materialmappen mitgeschickt werden, die mit der Liturgie nichts zu tun haben, rein gar nichts zu tun haben, ja, sondern die Liturgie mit Füll- und Ersatztexten versehen, die dann vielfach benutzt werden, das hat mit Liturgie nichts zu tun. Das ist eine, man, fromm anmutende, manchmal etwas sozialrevolutionäre, gut gemeinte, ja, es soll auch jemandem zugutekommen, also nicht nur den vielen Angestellten, die diese Werke haben, ja, da gehen ja doch etliche Prozent auch in diesen Betrieb und in die ganzen Druckereien, aber das sind ja wichtige Arbeitsplätze für Deutschland, da redet dann aber niemand über Lateinamerika oder Afrika, egal, aber ein Teil geht ja auch dahin und das sind dann so Stücke, die in die Liturgie reingefriemelt werden, obwohl sie wesensfremd sind. Das können Sie bei einer Organspende nicht machen. Der Körper stößt das ab. Aber in der Liturgie machen wir das permanent und wundern uns, dass wir, wenn wir über Liturgie sprechen, vor einem verwesenden Leichnam stehen. Das ist eine Diagnose und das ist ein Teil unserer Krise. Und damit Sie sehen, dass nicht früher alles besser war, sondern dass es auch heute etwas Gutes gibt, möchte ich zum Abschluss von einem gerade noch lebenden geistigen Autor, den wir ja öfter hier schon mal zitieren, Hüb Osterhuis, mit seiner etwas krummen kirchlichen Karriere, aber trotzdem ein sprachgewaltiger und sprachmächtiger Mann ist, der natürlich mit seinen ganzen Abbrüchen und auch mit der Kirche gebrochen und trotzdem immer noch bis in seine neuesten Texte in diesem Kontext lebt. Also natürlich kann man formal da schnell den Stab brechen und sagen, oh, aber es gibt nicht viele solcher Menschen und der hat ja ein Buch herausgegeben und hat jeden Psalm frei übertragen und die freie Übertragung vom Psalm 98 von Osterhuis möchte ich zum Abschluss vorlesen. Genug gesungen für ihn. Neue Gesänge genug. Nun will ich ein Wunder. Zwei Hände, die Fesseln lösen, zwei Arme um mich hin. Nun will ich ihn endlich sehen. Zwei Arme hin um alle kriegführenden Völker. Seine rechte Hand wundenheilend, seine linke austeilend Wasser und Brot. Plötzlich steht vor den Augen der Menschheit ein rettender Engel und Herrlichkeit des Neubeginns strahlt von ihm aus. Nun erklingen Töne, die nie vorher erklangen, himmlische Harfen, bronzenes Sonnengeläut. Nun singen auch die Weltmeere mit, in allen Sprachen ertröhnen die Berge, klatschen und flöten die Flüsse, posaunt es der Kosmos einmütig. Denn morgen wird kommen der Kommende. Denn heute ist er geboren und Recht wird er sprechen. Ein Recht, das nicht krumm ist. Erhöhung aller Erniedrigten, auf Erden Frieden. Das ist ein starker Text, weil der natürlich weiß, als ehemaliger Priester, der hat es aber nicht vergessen, dass 98 ein Weihnachtspsalm ist und dass es ein messianischer Psalm ist und dass es um die freie Befreiung des Exodus, alle diese Motive sind in dieser modernen Übertragung drin. Und deshalb sind das große, sind das große Texte von ihm. Vielleicht nicht alle, aber die allermeisten von ihm sind wirklich große Texte. Eine ganz andere Spur, die Sie vielleicht als Hausaufgabe mitnehmen können, das muss man mal nochmal nachvollziehen. Es ist sehr interessant, wenn man das Musizieren zu Weihnachten anschaut. Ich bin sicher, dass das auch, dass das inspiriert ist von diesem Psalm. Auch welche Instrumente benutzt werden. Überlegen Sie mal, allein für den Auftakt der ersten Weihnachtskantate, was Bach da an Blech auffährt. Jauchzet vorlocket. Und dann geht das los. Jauchzet vorlocket. Das ist mit Sicherheit, also der Bach als alter Lutheraner hat diesen Kontext noch gehabt. Deshalb, wenn Sie noch können, wenn Sie es zu Hause haben, hören Sie heute Abend nochmal rein in das ganze Blech und erinnern sich an Psalm 98. Danke fürs Zuhören. Amen. Vielen Dank.